Moin Moin Leute, Willkommen am Shisha Stammtisch. Ich bin Shabby. Also ich bin Meier, hi, grüßt euch. Und ihr kennt den Mois. Kennt ihr Mois? Wenn nicht, checkt ihn ab. Wir haben in letzter Zeit ziemlich viele Mois geguckt. Also Videos von ihm. Und da gibt's die Kategorie Richtig oder Faust. Au, mein Kind! Da wird ne Frage gestellt, so ne Cheffrage. Und der dann am weitesten weg ist, kriegt ne... Komm mal, Faust! Genau, und wir haben das bisschen umgeleitet in die Shisha Variante. Und zwar, die Regie gibt uns Tabak. Wir haben die Augen verbunden mit unserem Schal. Und wir müssen den Tabak erraten. Wir wissen nicht, was es für ein Tabak ist. Martin gibt die uns und wir müssen riechen. Und der, der am... wie machen wir das Regie? Äh, der da am weitesten weg ist, ne? Also, der, der es nicht errät. Oder, wenn wir beide es nicht erraten, welche Tabaksorte von welcher Firma es ist. Äh, der die Inhaltsstoffe, beziehungsweise Früchte zum Beispiel, nicht erkennt. Und der andere, die zumindest zum Großteil erkennt, der andere kriegt einen Schlag. Und zwar, nicht einen Faustschlag, mach mal einen Faustschlag, sondern ein Schlag mit einem Schlauch. Die Regie zieht den Schlauch ab von der Pfeife und schlägt ihn auf den Oberschenkel. Genau. Und jetzt wollen wir mal anfangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß mit dem Video und es würde uns freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet. So Leute, jetzt sind wir beim ersten Tabak. Die Regie sagt, er ist der Tabak. Wer riecht jetzt? Moment. Ach so, die Regie muss jetzt kommen. Wer fängt an? Wer fängt an? Du riecht. Oh, ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Das weiß ich. Okay, Charly. Prestige El Cubano. El Cubano Prestige. Okay. Okay, jetzt haben wir beide gewonnen, oder was? Ja. Nächster. Ist es richtig? Ist es richtig? Ja, ist richtig. Ist es richtig? Okay. Okay, nächster. Wird leider keiner gepeitscht, die Runde von mir. Ist jetzt schon der Zweiter? Ich sehe nichts. Ja. Komm. Komm, chill. Ja, okay. Wer riecht denn als erstes? Wer riecht denn als erstes? Du wieder. Ich? Okay. Oh, warte mal. Nicht die Dose anfassen. Okay, okay. Aber halt mal ein bisschen näher an die Nase. Ich spiel schon. Oh, Alter Scheiße. Das weiß ich nicht. Oh, ja. Oh, das ist schwer. Das ist schwer. Oh, das kommt mit. Darf ich nochmal riechen? Nein. Erstmal. Nein? Erstmal für Meier mal gucken. Oh, Wala. Ich weiß es nicht. Wala. Ich weiß es nicht. Sagst du nicht. Dann hast du auch keine Chance was zu gewinnen. Ja, okay. Ich sag jetzt irgendwas. Ja, los. Äh, wie heißt denn der? Ich sag jetzt einfach Copy Smoke Bubblegum. Okay. SOMO Miami Knights. Mach's richtig. Boah. Nein. Laber nicht. Hat Meier richtig? Ja, hat er richtig. Nein. Nein. Scheiße. Was heißt Shabby kriegt den ersten Palschnip heute? Okay, komm. Komm mal. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Oh ahah, ha, 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 ha. Man muss sich alle verstritteln. H fast die 보시 ajuste. Man muss echt nicht Linksk Ja. Eigentlich Link in das diferença. Nein, aber Maja kastriert endlich! Ich will das für 1000 Klicks haben! Scheiße, die Hand hat! Was ist der Übeltäter hier? Kranken! Boah, die hat die getötet, Alter! So, Tablet Nummer 3! Wie gesagt! Maja, gerade gucken! Aber wer Maja kann sehen, ich schwöre! Hä? Die Feder ist im Video beim Schneiden! Was kann ich sehen? Was kommt denn mit so auf? Okay! Ich habe eine Ahnung! Ich habe eine Vorahnung! Oh, der ist mein Arsch! Ich habe eine Vorahnung! Ich weiß es aber nicht! Ich weiß es wirklich nicht! Eine kleine Vorahnung habe ich auch nicht! Das liegt falsch! Ich glaube, ich weiß es sogar! Wirklich nicht! Ich bin mir echt sicher! Ich bin ehrlich, ich überhaupt nicht! 1ab7 Straßenbande Ähm... Ähm... Green... Green... Oh, wie heißt denn das? Green... Grizzly... 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 Du musst eine Antwort geben! Du musst einen Tabak und dann sehen wir weiter! Oh, warte! 1ab7 Green... Mrs. Green! 1ab7 Mrs. Green! Okay, Maja! Ich sage... Alfaka-Traube-Mins! Bro! Okay, das ist auf jeden Fall beides falsch! Aber maximal! Herrlich? Das ist sowas von weit entfernt von dem, was es ist! Ja, okay! Aber das... Also, Augenmittel wieder drauf! Wir machen die Inhaltsstoffe! Also, ich sage... Das ist... Ähm... Boah! Ich habe wirklich nur eine Sorte rausgebrochen! Ich glaube, das ist... Äh... Ich weiß es! Ich glaube, ich auch! Ich weiß es! Dann sag es! Who can I in Green? Was sagst du? Also, ich hätte jetzt nochmal gesagt, dass es von Oz... dieser African Queen ist! Und... Das ist leider richtig! Was? African Queen! Nein! 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 Labe, kein Scheiß! Oh nein! Aber ich glaube, Maja hat einen kleinen Vorteil! Warum? Wala, die Dosen, siehst du die da stehen? Warum? Ja! Wala, warum? Die Stoßen! Ja, warum? Weil die jetzt anders steht als vorher! Das hat... Da krieg ich doch nicht drauf! Da drauf steht doch falsch! Oh, Mann! Ey, das ist unfair, Wala! Das ist unfair! Nein, da drauf steht doch... Ey, Wala! Das ist unfair! Digga, denkst du, ich merke mir, wie die da stehen? Ja, wir machen eine neue Runde! Gib mir mal einen Handdruck, ich verdeck die jetzt! Oh! 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 Warte! Ich hab was an der Lippe! Warte! 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 Du musst bisschen... Nicht jetzt! Ne! Das bringt nichts! Das bringt nichts! Das bringt nichts! Oh, Alter! Was ist das? Na, was ist die Frage? Ich hab's! Ich hab's! Wala, ich hab's! Wala, ich hab's! 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 Ist ok! Hokka-In, Lemmels-Jager! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Das ist alles falsch! Hä? Hä? Will der uns verarschen?! Ich ficke dich! Ok! Hä? Das ist alles falsch! Ich war mir ziemlich sicher, Alter! Ich war mir richtig Hukain. Ja, ich schwör, das war Hukain. Ich sage, die Aromen sind... Zitrone. Ja, mach mehr. Zitrone, äh... Minz. Ich geh auf Limette-Mins. Was? Das soll schwierig sein. Ich sage... 1-8-7-Elex-Sparkling-Eistee. Nein. Ich sage, 1-8-7-Beach-Vibes. Das ist auch falsch. Scheiße! Ja, komm, mach das noch mal Inhaltsstoffe, sonst brecht das ja ab. Was? Inhaltsstoffe. Inhaltsstoffe, okay. Äh... Zitrone-Ninette. Junge, ist beides nicht drinne, hab ich grad schon gesagt. Meier. Scheiße! Das könnte auch von dieser Tropico sein, dieser Multivitamin. Nein. Niemals. Nein, das kann nicht. Scheiße! Das ist nicht meine Schuld. Die wollten das wie du machen, die wollten pellen. Ah! Boah! Alter, das ist gerade Wahler. Ich hab da vorhin nur Scheibe aufgeschlagen. Boah! Alter! Alter, der ist rot. Hihihi. Wir haben doch den Pferde gezogen. Boah! Okay. Willst du noch einen Schlag? Nein. Mach! Er will! Wala, er will! Wauwau! Ja, warte. Ich mach Fokus. Sag ihm die Kamera, was ich mache. So. Jetzt. Meier neuer Schlag, weil er will. Weil er will das. Oh! Oh! Mach auf jetzt! Doch! Nicht so mit wie er sagte! Oh! Ah! 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 Das ist die nächste Tabakland. Kann ich eine Ansage machen? Nein. Jetzt ist einfach deine Fresse. Vielleicht ein neuer Tabak in den Punkt. Achso. Das kenne ich. Nein, mach ein bisschen weiter weg. Aber so dass ich noch riechen kann. Oh, das kenne ich. Das kenne ich. Das weiß ich. Das weiß ich. Meier ist dran. Meier muss riechen. Meier riechen. Riechen. Achso, machst du schon. Ich wurde an, ich habe mich ein bisschen umgezogen. Und ja, maximal pellen. Okay, meine ist offen stehen. Ja. Zeig mal. Okay. Schaubi. Huka in Green Lean. Huka in Green Lean. Das ist falsch. Was? Was? Ich will ja uns freuen. Will ja uns ficken oder was? Ja. Okay. Ähm. Oh, welcher ist denn das? Ähm. Ich sage es einfach. Ich sage es einfach. Ist mir egal. Ich sage, das ist. Ähm. Kokain. Lemonsjager. Ich sage es auch. Ich sage es auch. Mette Minz. Ja, Mette Minz war falsch. Mette Minz ist richtig. Ja. Ich wusste es. Ich wollte es als erstes sagen. Warum ich beschwöre es? Ja. Ich werde ihn ficken. Ich werde ihn ficken. Ich werde... Ich war mir so sicher, ne? Ich werde... Ich werde... Das erste sagen. Ich werde all meine kleinwüchsigen Kraft nehmen wie ein Oompa Loompa. Und ihn zerstören. Ich wollte es echt sagen. So, ich bin jetzt dran. Ich muss Maya schlagen mit diesem Schlauch. Und mit Kraftan. Und er hat den Kraftan an. Und nichts drunter. Warte. So, ich werde ihn jetzt schlagen. Betet. Dass ich ihn gut treffen werde. Also, ich muss mal... Ich bin nicht unbedingt, was mache ich hier alles. Oh. 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 Warte, ich bin nochmal. Warte, dass er Dinge getan hat. Glaub so. Na, da hat ihn Fünischlern-Schmerz. Mach nochmal. Ohhhh! Großen Haul, ehrlich. Jetzt auf Arsch. Boah, der riecht aber. Hä, ist schon richtig, das geht, äh, hier. Ja. Achso. Ey, er nimmt schon mal auf. Achso. Boah, das ist schwer. Boah, Alter, ich werde dich ficken. Oh shit, das darf ich nicht sagen. Ich werde dich auseinandernehmen. Riech. Wer? Du. Ich? Boah! Warte, meine Nase ist beklemmt. Oh ja. Warte. Das ist... Ruhe. Das ist, ähm... Kannst doch nichts sagen, ist ja klar, ne? Naja. Okay. Okay, ich hab's. Oh, 187 Beach Wipes. Das ist einmal Fieber, wenn der Mond. Trigger, da bist du aber richtig weit weg. Hä? Jetzt muss ich immer los, also. Es ist aber 187, aber sowas von. Nein. Ah, okay. Äh, ja. Okay. Komm, komm, sag. Komm, sag. Ist auf jeden Fall beides falsch. Da die beiden so doof waren, das zu erwarten. Zweite Runde. Oh, ich bin gespannt. Uh. Wer fängt an? Du hast jetzt mal zuerst. Ich? Ja, ich. Ich hab eben auch zuerst. Nein, hast du nicht. Nee? Oh. Ist ja bei dem Turm. Meier hat sagt mal was hinter der Zeit. Unterhalten die Leute. Also ich bin echt gespannt, was da jetzt rauskommt. Wie gesagt, unsere ersten Annahmen waren völlig falsch. Ihr Tunnel von Franks. Ja, aber... Das ist unfassbar. Ja. Ich weiß es. Das ist auf jeden Fall nicht super. Ich weiß es. Aber rede doch nicht. Ich weiß es. Wollah, ich weiß es. Kann ich Augenbildner... Nee, kann nicht. Okay, aber ich hab jetzt eine Molasse an der Nase. Dafür musst du die Augenbildner mitpacken. Boah, ist das schwer. Boah, der sticht so. Ich weiß es. Aber ich kenn den Namen nicht. Ich weiß, wie die Dose aussieht. Ich weiß... Woher weißt du, wie die Dose aussieht? Ja. Woher weißt du, wie die Dose aussieht? Das sag ich dir im Instagram, ähm, im Nachkopf. Guck ihn dir an, du bist ein Hund. Ja, leck ihn mir an. Da kommt nicht. Ich zeig mir die Kamera. Ähm, ich sage... Boah, das ist schwer. Das ist schwer. Kann ich dir auch einfach die Zutaten nennen? Mache erst mal Den Herstand, und dann wircala auf die Zutaten... Oh, ey, das ist schwer. Okay. Ähm, das ist... Ich weiß es! Dann sag es. Almasiva Massiv. Bist du blöd, dass du keine guten Pfirsich, Mann. Komm, sag dann. Ich sag, der Hersteller ist Flame Tobacco. Und das ist dieser mit dieser pinken oder mit diesem violetten Deckel. Aber ich weiß gerade nicht die Sorte. Ich bin mir... Es riecht so ein bisschen muffig. Nein, nein. Sag, ich war richtig. Ich war richtig. Das ist nicht Almasiva. Nie im Leben. Ihr seid beide falsch. Beide? Das ist beides falsch. Oh, fuck. Ihr seid so weit weg, Mann. Das ist so traurig, wirklich. Ah. Ey, das ist so schwer, ne? Ja, ist es auch. Alter Schwede. Das ist wirklich echt schwer ohne Schleiß, Leute. Riechst du nichts? Das riecht einfach nur muff? Ne, das riecht gut. Ich würde es ja jetzt noch brauchen. Hey, ich rieche nicht mehr. Ja, du musst durch, reicht, Mann. Wie reicht? Muss reichen. Ich sage jetzt etwas, was richtig riskant ist. Richtig riskant ist. Richtig riskant ist. Richtig riskant ist. Das ist das, was ja gerade auch schon. Ja, ich habe bei jedem bei jeder Seite gesagt. Ich gebe dir einen Tipp, es ist kein Massiv-Tabak. Ja, wir haben auch noch die zwei. Leider. Ja. Ja, aber von meinem Cousin bekommen, deswegen Grüße, ähm, ich sage, oh, warte, hier wird mir einiges klar im Kopf. Guck mal, wie lange er überlebt. Nein, nein, hier wird mir einiges klar, okay, ja, Dark Side Genesis Raspberry. 1,18, Blue Devil, Blaubeere als Aroma. Scheiße. Das ist richtig. Nein. Meier hat gewonnen, das heißt, du kriegst noch einen Peitschnie, der Cuffdown schlägt zu. Wenn ihr, bevor das jetzt zu Ende geht, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr wollt, dass wir das nochmal machen, dann gebt uns ein Like, schreibt es in die Kommentare, abonniert uns, bitte abonniert uns, Alter, ich habe Schmerzen des Todes gehabt, wirklich. Du musst auch gleich noch ein bisschen haben. Ja, wollen wir jetzt schon beenden und mit dem Schlag das Video beenden, ja. Okay, dann, danke fürs Zugucken, ähm, ja, also wie gesagt, wenn ihr es nochmal sehen wollt, lasst es uns wissen, teilt das Video, ach, scheiß drauf, ich gebe die letzten Worte an den Gewinner weiter, ich muss mich gestragen reden. So, das war's auch von mir, wie gesagt, ich habe 2 zu 1 nach 5 Runden gewonnen und, ähm, ich freue mich jetzt nochmal, dieses Video mit diesem finalen, alpha-mäßigen Bosch-Schlag beenden zu dürfen. Es tut mir leid, ich sitze hier im Kaftan, ich habe dafür Schmerzen in Kauf genommen, ne, no pain, no gain, aber er wird jetzt auch weit nach Hause fahren um 5 Uhr, also. Ja, aber ich meine, wird dir drosten, ich galt an beiden Uhr. Ja, richtig, ich würde dich werben, so wie meine streben, das war's von mir, genießt es, zieht es euch rein in Slow-Mo, ich hoffe, er blendet es richtig schön in Slow-Mo ein. Aus Prinzip nein. Doch, weil ich will seine Reaktion sehen, dieses Slow-Mo, ich... So, deswegen, lasst euch überraschen, ich mach's jetzt nochmal mit Liebe, haut rein, euer Maja, ciao. So, bist du ready? Was war das denn? Komm, lang nochmal. Lang nochmal, komm schon, komm schon. Gerne, mach. Was war das denn? Was war das denn? Okay, auf, was in der Pusti ist. Äh, in der Pusti, jalla. Was ist das? Was ist das? Lato, nochmal, Lato, nochmal, komm schon. Lato, mach, hier, Lato, toi. Oh. Das ist wie ein Ausbreitschuch. Komm schon, mach, mach, mach.